Wann ist man nicht zu jung, um eine wichtige Aufgabe auszuführen? Oft brennen junge Erwachsene darauf, etwas zu tun und werden von Älteren eingebremst. Bei unserem heutigen Predigtext ist das anders. Ein junger Mann wird beauftragt, Gottes Botschaft weiterzusagen, aber er möchte das nicht. Er hält sich für zu jung. Jeremia berichtet, das Herrenwort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst dahin gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Herr, segne dein Wort. Jeremia hat sich schließlich von Gott überzeugen lassen, dass er nicht zu jung ist. 2500 Jahre ist das jetzt ungefähr her und er hat das Volk Israel im Auf und Ab seines Schicksals begleitet. Eine Standardfrage bei vielen, meist wieder jungen Menschen lautet, ist es da überhaupt wahr, was Jeremia berichtet und ist das wichtig für mich? Die Antwort auf die erste Frage lautet, jawohl, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das wahr. Als kritischer Mensch tut es mir selber gut, auch aus großen historischen Abständen die Faktenlage zu checken. Veräppeln lassen möchte ich mich nämlich nicht. Und tatsächlich, mit wissenschaftlichen Methoden lässt sich wahrscheinlich machen, einen jungen Mann namens Jeremia hat es gegeben, die historischen Ereignisse bis hin zu Krieg, Tod und Elend, Vertreibung und Neuanfang sind historisch belegt und auch die Tätigkeit des Propheten in ihnen. Er hat gemahnt und getröstet im Auftrag Gottes und ist den Weg in die Verbannung mit seinem Volk mitgegangen. Die Konfirmanden, aber auch die Erwachsenen nehmen es mit großer Zufriedenheit auf, dass wichtige Ereignisse unseres Glaubens historisch belegbar sind, bis hin zur Person des Jesus aus Nazareth. Fake News haben in der Religion nämlich genauso wenig ihren Platz wie im übrigen Leben. Darüber hinaus tut es gut zu spüren, Menschen vor mir haben schon Erfahrung mit Gott gemacht, berichten darüber und schaffen so eine Gemeinschaft durch die Jahrtausende hindurch zur Gegenwart, zu unserer Gemeinschaft. Glaubenserfahrungen, bei jedem wie mir damals und heute, bedeutet dies, wir machen Erfahrungen in unserem Leben und wir fragen uns dabei, manchmal selten, manchmal häufig, welche Stärke und welche Richtung geben mir hier die Informationen und Gefühle, die ich in Bezug auf Gott habe. Dementsprechend verarbeite ich die Erfahrungen und richte mein Handeln daraufhin aus. Mein Handeln wird also bestimmt und mitbestimmt durch mein Nachdenken und mein Nachfühlen Gottes. Dieses Handeln aus dem Glauben heraus ist es übrigens, was die christliche Umwelt zu allen Zeiten sehr in Erstaunen versetzt hat und herausforderte. Gerade für Menschen, die keine Ahnung hatten, welche Inhalte der christliche Glaube besitzt, genau war es für die im Gegenteil sehr deutlich, inwieweit sich das christliche Handeln unterschied von der Normalität. Die Christen in den ersten Jahrhunderten gingen zum Beispiel nicht zu den Gladiatorenkämpfen, wo sich die Menschen gegenseitig töten mussten. Sie waren bekannt für ihre Nächstenliebe, den Armen und Ausgestoßenen gegenüber und ihr Ideal, dass für Gott jeder Mensch gleich viel wert sei, setzt in Erstaunen, egal ob Sklave, Barbar, Mann oder Frau. So war am Handeln oft, nicht immer, zu erkennen, ob ein Mensch dem christlichen Glauben anhing oder nicht. Wie gesagt, das führte manchmal zur Bewunderung, manchmal aber auch zur Ablehnung und Verfolgung. Denn wer anders handelt als die Normalität, der zwingt halt zum Nachdenken, hinsichtlich des eigenen Tuns und Seins und damit zu unterschiedlichen Reaktionen. Das ist bis heute so geblieben. Wer fragt schon nach den Glaubenserfahrungen von Christen, Muslimen oder Juden? Wer fragt schon nach den tiefen, quasi religiösen Überzeugungen eines Fußballfans, eines Ravers oder eines Menschen voller Tätowierungen? In der Regel sind es die Äußerlichkeiten, die uns in Frage stellen, die uns manchmal nerven, vielleicht sogar aggressiv werden lassen. Die ganze Haut voller Bilder, muss das sein? Ist es wirklich nötig, dass sich Menschen zu Partys in der Corona-Zeit zur Freien versammeln? Brauchen die das wirklich? Muss die Muslima ihren Schleier tragen, der Jude seine Kippa und der Christ sein Kreuzkettchen? Manchmal fühle ich mich tatsächlich von anderen tierisch genervt und erschrecke vor mir selbst. Dann merke ich, ein Gespräch mit der betroffenen Person, wenn es sich ergibt, über das Warum seines Äußeren, das führt oft zu spannenden Erkenntnissen. Ohne dass ich die Eigenarten des anderen übernehmen muss, verstehe ich ihn besser und er übrigens mich auch. Eine positive Überraschung. Manche sagen, dieser Christ, dieser Spießer, jetzt verstehe ich ihn. Warum fällt mir das gerade bei dem Text ein des jungen Jeremia? Nun, so wie er sich zu jung gefühlt hat, nicht fähig, nicht stark genug, um in Gottes Auftrag zu handeln, so scheint es mir auch, dass wir Christen zu wenig ernst nehmen, dass wir mit unserem Handeln heute ebenfalls Gottes Geist weitertragen und die Welt in seinem Sinn verändern sollen. Christen, der Glaube ist zwar persönlich, aber nicht privat. Nur für das stille Kämmerlein oder nur für sonntags für eine Stunde. Allgemein wird gesagt, dass es in Deutschland rauer zugeht. Respekt und Achtung würden fehlen, Freundlichkeit, Güte und Wärme. Wenn dem so ist, dann soll es unsere Aufgabe doch sein, in aller Bescheidenheit und Vorsicht, dem Beispiel des jungen Jeremia zu folgen und Gottes Botschaft hier auszurichten und vorzuleben. In der Tat, Gott erwartet das von uns und nicht nur von uns, sondern von allen Menschen, als Schwestern und Brüder, als Geschwister in Nächstenliebe vereint. Manchmal ist es schwer, dass wir unsere christliche Überzeugung beim Verlassen des Hauses nicht einfach da lassen können, sondern in der Welt bewähren sollen. Ein hoher Anspruch für wahr, aber es reicht doch, wenn wir ihn immer wieder mal versuchen, im Kleinen zu verwirklichen und uns nicht überärgern, wenn wir mal versagt haben. Perfekt ist ja keiner. Aber ich denke tatsächlich, in einer härter werdenden Gesellschaft könnten wir Christen durch unser Handeln im Alltag tatsächlich wieder erkennbarer werden und Gutes für alle bewirken. Warum sollten wir das tun, würde man jetzt vielleicht fragen. Aus dem Grund, aus dem es schon die anderen vor uns getan haben. Und auch Jeremia. Jeremia war verblüfft und erfreut und überwältigt, stolz über die Mitteilung Gottes. Mein Lieber, ich kenne dich. Schon ehe du geboren warst, habe ich dich gekannt und erwartet. Und ich setze große Hoffnungen auf dich. Ich will mit dir zusammenarbeiten und die Welt verändern. Ich verspreche dir, ich mache dich dafür innerlich so glücklich und stolz, dass es eine gute Entschädigung sein wird für manchen harten Wind, der dir entgegenblasen wird. Damit hätten wir schon die Antwort auf die zweite Frage immer wieder gestellt beim Lesen eines Bibeltextes. Ist das wichtig für mich, diese Botschaft von Gott? Die Antwort kannst du mir selber sagen, nur selber geben. Aber eigentlich steckt schon in der Frage das Ja. Jeremia war nicht zu jung, Hiob war nicht zu alt zum Tun. Jeder von uns ist gerade jetzt für Gott und seine Botschaft in der Welt genau richtig und stark genug in der Seele. Das schenke Gott jedem und jeder in unserer Gemeinschaft. Amen.